Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Mario Party, heute zusammen mit Maudado. Bewettendem Part und viel Spaß! Willkommen im Spielzeugtraum. Das ist eine Welt wie aus einer Spielzeugkiste. Spiel mit allen möglichen Dingen und genieß diesen Traum in vollen Zügen. Dann wollen wir doch einmal die Startreihenfolge festlegen. Was ist denn mit ihm passiert? Ne neun! Ja klar, klar. Naja, du bist immer noch Zweiter. Ja. Dann bin ich. Das ist echt wichtig, die Startreihenfolge, habe ich gelernt. Irgendwie schon, ja. Weil du halt nicht zerstampft werden kannst. Ach, zehn Münzen. Oh. Wollen wir wohl zerstampft werden? Bestimmt. Und wo steckt heute unser Dekar? Ach, das ist das. Oder? Müssen wir jetzt immer zu ihm? Das war mal ich. Das ist, ja, das Donkey Kong fällt. Also gibt es sechs Kapselfelder in diesem Spiel. Nutze sie gleich mal zum Sieg. Mach ich. Äh, hier ist der Stern. Für 20 Münzen gehört euch. Also los. Let's party. Mein Idol ist dran. Tut mir leid, dass meine Stimme so unkonsistent ist. Oh, Kapsel. Ja, mach, komm, kauf dir direkt was. Cooper Bank. Cooper Bank. Hä? Was macht das? Keine Ahnung. Hört sich komisch an. Und, ja. Yoshi. Yoshi. Der kauft bestimmt keine Kapsel. Oh, was ist das denn? Oh, doch. Gut, du bekommst eine Kopsel. Ach so, man kriegt immer random eine. Piranha. Ah. Ah, Yoshi. Bis drei. Ist das schön. Jetzt bin ich dran. Komm schon eine Eins. Acht. Fast. Ich glaub, das ist ein Rekord, oder? Nimm. Ja. Ich nehm die. Gut, du bekommst eine Kapsel. Aber welche Kapsel? Ich bin so gespannt. Eine blaue, oder? Wie ist sie? Nee, gelb. Oh, gelb, gelb. Cooper Bank. Du kannst gucken, was das bringt. Nee, nee, das hatte der andere. Ah, da warst du. Die sind ja alle gelb an unseren Icons. Da haben sie gespart an dem Speicherplatz. Typisch Nintendo. Vielleicht eine gelbe? Oh, eine gelbe. Pop-Omp. Keine Ahnung, was das alles macht. Plus drei. Jeder hat Plus bekommen. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt kämpfen wir. Jetzt kommt ein Battle. Vier-Spieler-Mini-Spiel. Kratzende Kufen. Eichel-Lauf über fünf Runden. Der erste im Ziel gewinnt. Ey, die Steuerung. Ich konnte umblättern. Dann drückst du den Start. Er drückt den Start zum Umblättern. Das war Training. Einfach nichts drücken, ja? Sorry, sorry. Nichts drücken. Ah, gedrückt halten, oder was? Ja, gut, dann Start. Genau, das hier ist das erste Minispiel. Ist ja gerade erst angefangen. Ah, schön. Oh, das ist mein Game. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich gewinne so easy. Guck dir das an. Hahaha. Ach du, weil du bist die Yoshi. Ja, ja, richtig verkackt gerade. Oh, ich auch. Ach, ja. Ich überhole gleich den hinteren Namen. Den blöden Wario. Oh, er kommt immer näher. Kommt immer näher. Lass mich in Ruhe. Ja, ne, 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 aber das hast du, das hast du. Das habe ich. Hallo Kamera! Wario ist ja komplett am Ende. Wario ist ja komplett am Ende. Ja, ihr habt ja alle keine Chance, ey. Das war einfach, das war echt schwer. Keine Ahnung, von Anfang an hatten wir immer den gleichen Abstand. So. Was ist hier verschieden? Dich, die Pirate Flüste, die Hälfte deiner Münzen. Ah, die stellst du auf. Ah. Ja, ich würde die, glaube ich, hinter dich stellen. Ja, ja, hier schon. Oder hier. Wenn ich da einen Zwürfel habe ich es verdient. Weil das ist ja nicht die einzige Umdrehung, die wir machen werden. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ab nach. Oh! Ich gehe zu Scheiß auf den Stern. Donkey Kong, was kann Donkey Kong? Der kann mir, glaube ich, auch einen Stern besorgen. Irgendwie. DK ist erschienen. Ein erfreuliches Ereignis beginnt. Was wird es wohl für ein Ereignis sein? DK Minispiel. Oh. Oh, ein DK Minispiel. Sammelt Bananen und tauscht sie gegen Münzen. Und jetzt berechnen wir den Wechselkurs. Och, drei. Drei. Drei für alle. Drei. Komm, drei. Nee, ich will billige Bananen. Oh. Oh. Für eine Bananen bekommst du, die ist bei drei Münzen. Viel Erfolg. Gott. Oh nein. Die ist ja total überteuert. Ja. Fass Bananen. Fass Bananen. Zerschlage die Fässer und sammle die Bananen, die darin stecken. A laufen und drauf hauen. Wer eine Bananen bringt einen Punkt, große Bananen sind fünf Punkte wert. Das gewinne ich, Leute. Die letzte Runde habe ich euch enttäuscht. Nee, nee. Das mein Spiel. Du verlierst. Aber wenn du gewinnst irgendwie die KI oder so. Ja, wer? Oh. Aha. Okay. Das ist ja lustig. Ja, was macht denn Dekada? Was? Alter. Was war das denn für ein Minispiel? Hä, warum? Also war es einfach nur Zufall, ob man gute Ringer bekommen hat. Ja. Also ich war zwar sehr schnell, aber das war eigentlich Zufall. Ich habe die Zuschauer schon wieder enttäuscht. Wie fühlt sich das an? Ja, eigentlich so wie immer. Alter, ich bin reich. Wie viele Münzen? Ach, die Münzen. Ach, danke. Warum ein Feld, ne? Ja, das stimmt. Oh, das war schön. Das hat sich gelohnt. Jetzt können euch ja alle einen Stern holen. Kein Problem. Ich bin Gönner. Okay, ich bin dran. Das Feld passiert, zahlt fünf Münzen. Wer gelandet, äh, das Guthaben. Okay, was zur Hölle. Oh, ich kann es nur vor mich machen. Ach so. Warte, aber ich kann es auch vor allem machen. Ich bin falsch gelaufen extra. Ja, eben, deswegen ja. Deswegen mache ich es vor dich und laufe gerade aus. Wow, das tust du. Ja, das mache ich. Wie du mich jetzt fokust, ey. Also sorry. Ja, du hast ja das Geld. Ich spendiere dir 55 Münzen. Oder 50. Oh. Na, also für mich bist du gestorben. Ja, ich konnte mich entscheiden, ob ich dem Reichen was wegnehme oder den Armen. Du hättest allen was wegnehmen können. Hä, nee, du bist ja anderswo abgebogen. Ja, aber ich laufe jetzt eine Runde und bin dann wieder am Anfang. Ja, jetzt, ähm, treten wir auf den einen. Was, gegen wen spielen wir? Oder wer, wer gegen wen? Gegen Wario. Wir alle. Oh, nice. Ein Spieler steht auf dem Ball und jagt die anderen Spieler. Diese versuchen, vor dem Ball zu fliehen. Bewegen, bewegen. Okay, wegrennen. Alles wie immer. Oh. Der Fette. Hey, guck mich dir an. Ich bin der Erste, der stirbt. Sag's dir. Ich renne einfach nur im Kreis. Ja, ich bin immer hinter ihm. Guck mal. Komm noch her, du Lutscher. Wie er die ganze Zeit im einen hinterherjagt. Wie wahr du dich einfach Wario komplett fertig machen. Ja. Er ist gestürzt. Oh, man muss auf die Maulwürfe aufpassen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gottes Willen. Ey, geh weg. Bitte. Der will mich. Der will mich. Geh doch weg. Du bist ja so. Ey, der jagt mich. Das ist unfair. Gewonnen. Wir haben alle gewonnen. Jetzt würde ich mal durch meine Falle laufen. Ne. Mache nicht. Ich fallte alles um von den Reichen. Nein. Bitte. Willkommen in der Cooperbank. Bitte zahl fünf Münzen ein. Ja, ich bin ein Gönner, ne? Danke für deinen Besuch. Komm halt wieder. Hallo? Du kriegst ja gleich wieder drei. Sag du mal ruhig. Von dir will ich gar nichts mehr hören. Ich folge einfach der CPU. Ach, schade. Genau. Warte in die Richtung. Ja, da lang. Ich hab Angst, dass du mich erlust. Nein, der macht's automatisch. Nee, nee, nee. Der macht's automatisch. Ich kenn doch meinen Vendel. Scheinbar nicht. Nein, der nupt mich. Ja, ja, bring ihn um. Obwohl, es wird auch erst ausgelöst. Ja, ja, es trifft dich nicht. Und ich bin ein Geist, Hecht. Explosionen können wir gar nicht. Ja, du schwebst da eh drüber. Das geht doch gar nicht, oder? Und? Als ob das... Ach so. Ah, nee. Ah. Oh, nein. Nee, nee, nee. Das kann nicht mehr ausgelöst werden. Nee, nee, nein, nein. Und wenn überhaupt, eh beim übernächsten. Oh. Oh, nein. Der war gut. Ja, ja. Das war der normale Bot. Buchseite-Attacke. Ja, kennst du nicht? Kennst du? Nee, kenn ich nicht. Der Einzelspieler auf der Schaukel wirft Bälle auf das Team. Das Team auf dem Hochseil muss den Bällen ausweichen. Ah. Spannend. Das ist ja cool. Ich wäre gerne der Typ oben. Ich gehe ganz nach rechts. Oh, er bringt mich um. Äh. Hä? Hä? War ich aus? Ja, Buhu. Nein. Ich bin schon lang tot. Warum? Was bist du für eine Enttäuschung? Ich war einfach komplett überfordert. Ich stand da rechts in der Ecke und dann... Was ist mit Wario? Okay, Manu. Alles hängt an dir. Ich mache jetzt gar nichts. Manu. Sehen die an. Wenn ihr nichts leistet, bekommt ihr auch nichts. Es gewinnt für uns. Es gewinnt für uns. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich kann einfach nicht verlieren. Es geht nicht. Es sieht gut aus. Es geht einfach nicht. Oh, Manu. Du bist mein bester Freund. Echt? Oh, nein. Kommt noch was. Oh. Geschafft. Aber was passiert jetzt? Ja, der wird würfeln. Nee. Doch, er würfelt einfach. Schade. Der benutzt seine Items nicht. Und? Nein. Nee, es ist immer einer. Okay. Nee, nee. Gerade eben war es drei. Jetzt hast du eins. Nee, nee. Ich meine immer einer runter. Oh Gott. Was? Oh. Was passiert jetzt? Ihr könnt da nicht mehr lang. Ja. Er hat den Weg zerstört. Aber du bist doch schon vor, oder? Nee, es ist doch gerade eben wieder aufgetaucht, oder? Ist es? Ich denke nicht. Das will gar keinen Sinn machen. Ja doch, dass nur einer runterfällt. Ich denke, der Weg ist futsch. Nö, ich würfel da jetzt lang. Ich guck gar nicht erst. Sieben. Du kannst auch nicht wechseln. Ja, guck da. Ich kenne auch ein Nintendo. Ah, was ist da? Oh nein, ein Stern. Willst du mit dem Zug fahren? Nee. Nein, lieber nicht. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Oh nein, die können mich noch... Komm schon. Fünf. Oh Gott. Aber der würfelt nächste Runde nach mir. Ja. Und es ist echt nah. Ich habe absolut keine Chance mehr, da hinzukommen. Leider. Außer es gibt so einen Platztausch. Oh, wir sind im Team. Ach nee. Du kannst mich wieder carry'n. Kann ich nicht irgendwie mit dem anderen Bot rein? Würde ich auch empfehlen. Äh... Komm zusammen mit deinem Partner, so viele Kastanien wie möglich. Die höhere Punktzahl gewinnt. Schütze? Schütze? Ach so, einer muss die runterfließen. Ach so, ich will der Schütze sein, bitte. Oh, du. Ah, ich bin Schütze. Aber ich kann auch seine klauen, ach so. Ja, ja, mach. Ja, nimm. Da, nimm. Ja, nimm. Dann schieß doch. Ah, ne, nur die Rosen vorne. Hä? Ne, die fallen runter. Ach, das ist auch mit 3D. Das ist 3Dimensional. Ah, was? Ich komme da nicht drauf, klar. Ah, die Goldene. Die Goldene, rechts, Manu. Rechts. Ich hab sie. Ich bin der Beste. Oh, die Goldene. Oh, die Goldene. Oh, die ist verschwunden. Das ist... Ach so. Ich schieße einfach alle runter. Okay, mach das, mach das. Ich hab's richtig im Griff. Uh, Mist. Da rechts, ja, genau. Ich mach da hinten. Das irritiert so, dass sie nicht richtig funktionieren. Dass sie verdorben. Das ist rot. Haben wir gewonnen? Ja. Alter, ich hab gar nicht damit gerechnet, dass das dreidimensional wird. Nee, hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Nutzt das? Oh mein Gott. Oh, ja. Was zur Hölle. Vor mich? Die Junge ist insane. Er packt's, glaub ich, echt vor meiner Nase. Ich muss da dran vorbei. Ach so. Oder? Keine Ahnung. Es ist die Cooper Bank wieder. Ja, ja. Hä? Ah, ich bin so froh. Ich krieg einfach einen Stern gleich. Ach, er kann von der anderen Seite da rein. Nee, 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 nee. Da ist doch Pfeil nach rechts. Stimmt. Aber er kriegt nochmal eine Katze. Stimmt, stimmt, stimmt. Warum sollte man da eigentlich Nein sagen? Das versteh ich nicht. Hä? Was macht der Junge? Vielleicht ersetzt ihr die, die man schon hat oder so. Nee, man kann ja immer drei tragen. Eigentlich. Komisch. Oh! Oh. Oh. Ja, klar, okay. Verliere alle Münzen oder was? Hä? Ja! Was? Ja, klar! Der Abstieg. Ich bin, ich bin so raus. Ich bin so raus. Alter. Oh, Buhu hat Spaß. Buhu ist glücklich. Buhu hat Spaß. Buhu hat Spaß. Ich schenke dir erst alle Münzen, die du besitzt. Dann, dann, dann verrätst du mich. Und jetzt kriege ich auch noch das ab. Ja, aber gerade hast du noch alle Minispiele gewonnen. Also am Ende kriegst du ein Minispiele, Stern, Manu. Wenn du so weiter performst. Du schaffst das. Ey, äh, es ist, ich sehe es einfach nicht ein, ne? Oh, den nix zu stören, wo ist er denn? Na, guck mal. Ach, hinter mir, ach so. Ah ja, okay. Nee, 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 nee. Nee, nee, gar nicht, ne? Du bist, glaube ich, gerade am nächsten dran. Hm, ja. Na klar. Wie läufst du denn da runter? Jo. Hallo. Ich fuhre Auto. Ah. Alle gegen alle. Nein. Jetzt nimm mir nicht noch alles. Warte, warte, was? Ach, das wird wieder umverteilt? Ja, ja. Gambeln. Halte acht Räder an und erhalte Punkte für horizontale, vertikale und diagonale Serien. Wie, gambeln? Echt? Hä? Siebener Serie 50, Kirschenserie 10. Ist das nur Zufall oder? Nee, das sieht aus, als wäre es einfach nur Zufall. Aber Mario ist als Erster. Nee, hä? Einfach nur Start-Ding. Ach so. Es ist halt echt random. Hat irgendjemand was tun? Was? Alter, Mario. Der hat dann 8700er. Alles klar. Was passiert hier? Alles klar. Er hat sowas von... Er guckt dir das an. Das ist ja... Ey, so ein Minispiel, ne? Ich hasse es. Die 7-er nebeneinander. Ja. Das war's dann mit dem Stream, ne? Alter, Luigi. Das war Luigi. Sorry. Und? Ach, ich krieg gar nichts. Ja gut, okay. Das ist ja... Ja, okay. Vor allem ist das so gut für dich angefangen. Und jetzt ist es einfach... Wegen deinem Verrat. Welcher Verrat? Aber die 5 Münzen, die haben es ausgelöst. Ja. Oh, was ist das? Gibt es Fils? Ist der dumm? Jetzt mach das hinter mich? Was stimmt nicht mit dem? Oh, oh. Alter, hättest du das für dich ausgelöst? Ja. Wie lustig wäre das gewesen? Eine 7. Okay. Oh. Oh, oh. Gott sei Dank. Oh, oh. Gott sei Dank. 10. 10, oh. Ja, warum nicht? Ja, kann man machen. Ja, das will ja die richtige Richtung auswachsen. Ja, hast mich überholt. Ja, aber du würfelst ja... Nee, hast du nicht. Vor mir. Du würfelst ja vor mir. Alle gegen alle. Guck mal, jetzt kannst du wieder... ...wieder Geld bekommen. Ne, will ich nicht. Hallo Kopfho... Ich brauch kein Geld. Was ist das? Bringe die Sonnenblume mit deiner magischen Psy-Kraft schneller als deine Gegner zum Blühen. Hä? Schnell A drücken! Ja! Ich fang jetzt schon mal an. Obwohl, nee, dann geht mein Daumen her. Nee, die Power geht runter. Ja! Oh, ich bin der Beste! Mein Finger! Ey, das war so anstrengend. Ja, Hochleistungssport ist nichts dagegen. Puh! Puh! Ja, aber wenn ich gewinne, gewinnt ihr ja mit. Also zumindest gerade noch die 1000 Minispiele. Ja, ja, aber wir hatten drei normale... Alle gegen alle. Und die hast du alle gewonnen. Ja? Ja. Gut, du bekommst eine Kapsel. Und? Oh, ich will auch eine Kapsel. Superbank, bitte. Eine blaue Duell-Kapsel. Alter, ich werde dir den Stern abziehen, ne? Das geht. Nein, 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 nein. Ich hoffe, kein Fall auf dem Duellfeld. So, erstmal noch mal eine 10, bitte. Ja, klar, natürlich. Warum würfelt der immer so krass? Naja, ich habe auch eine Einschränkung. Kein Duell. Alter, was ist das? Was ist das denn? Oh, hä? Oh, da ist eine Bowser-Kapsel rausgekommen. Nein, deswegen will man nicht. Ja, als Orb, es gibt einen Nachteil. Oh, nein. Das ist eine Bowser-Kapsel. Jetzt gibt es für euch ein neues Bowser-Feld. Wow, du wirst nicht mal benachteiligt. Ja, klar. Oh, kommt mir aus. Geil, geil. Er zieht die Scheiße und kriegt keinen Nachteil. Naja, ich werde gerade ein bisschen von dem gemobbt. Ja, und? Tut dir ja nicht weh, du bist dein Geist. Okay, das hat jetzt schon meine Gefühle verletzt, Manu. Ja, Fakt. Hallo, hallo. Hey, da ist ja die Bank, oder? Ja, ja, aber ja, ich bin nicht draufgekommen. Achso, doch, ich muss ja rüber. Ich muss ja rüber. Stimmt. Ja, aber die war doch da gerade. Nein, 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 die habe ich doch nichts platziert. Als ob der da draufgekommen ist. Weh, ich kriege was abgezogen. Wir werden alle irgendwas bekommen. Kniet nieder, ihr Wichter. Zeit für Bowsers Auftritt. Bowser-Minier-Spiel. Ah ja, ein frohes Ereignis, um klar. Alle Kapseln ein. Oh, wie schlimm. Oh, ich habe hier so viele. Ja, ich bin der Einzige, der eine Kapsel hat. Alter, nein. Äh, warte, was sind die? Oh Gott, ich weiß nicht mal, welche das sind. Ich auch nicht. Ich habe ja gerade einen anderen Controller. Komm schon. Äh, äh. Nein, falsch. Äh, X, A. Ja, Freiheit. X. Tschüss, du Lutscher. Nein. Du bist down. Nein, Hilfe. Nicht meine Kapseln. Ah. Und jetzt ziehe ich bei allen Verlierern alle Kapseln ein. Nein, nicht meine Kapseln. Was? Keiner von euch. Hä? Passiert etwas anderes? Hä? Dann bist du demnächst. Wow, Mann, der war ja echt schrecklich. Ey, ich sage dir, wenn am Ende da nicht dieses Bonus-Ding kommt, von wegen du hast am meisten ein Spiel gewonnen. Ja, das kommt doch immer, habe ich gedacht. Du bewegst dich in die Richtung, die angezeigt wird, wenn du das Roulette anhältst. Rad anhalten, Rad anhalten. Oh, ein Goomba. Ah, ah. Ach so. Ah. Wir müssen nach vorne. Ja. Nein, was? Oh, Mist. Ja, alles klar. Ach so, was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hindernis. Wir müssen da links. Ich muss nach links. Na und. Da. Schön, schön, schön. Ey, wir sind die Besten. Wir auf Plänen. Wir auf Plänen. Kackt, aber ist nicht wichtig. Nach vorne muss ich. Ja, ich auch. Äh, ja. Alter, Alter. Was sind wir denn für Geilo-Typen? Ich würde gerne nach links ein. Oh, okay. Nach vorne. Nein. Ende. Ach, das war schon die Ziellinie. Hat er jetzt gewonnen oder wie? Ah. Es sah für mich auch so aus, als wenn es da weitergehen würde. Da, wo wir draufstehen. Da sind wir gerade draufgekommen. Ah, schön, aber gewonnen. Oh, ja. Kämpfe mit einem Spieler deiner Wahl im Duell um Münzen. Wow. Um Münzen. Ja, ziehen wir Münzen ab. Habe ich kein Problem mit. Okay, dann warte ich damit. Du hast mir überredet. Weil ich bin einfach netter. Ich bin netter. Nicht so wie andere hier. Eine Vier. Gib mir doch was Hohes. Oh. Hallo, Manu. Hallo. Oh, ich würfel jetzt. Auch das. Oh. Schön. Ist das noch weit weg, der Stern? Da habe ich die Null vergessen. Ich habe keine Ahnung. Pause. Ne. Was war denn das? Ach, das war die, die ultra viel abzieht. Die ich geraggt habe. Bekommt er jetzt das Geld? Ne. Als ob. Schon wieder die Scheiße. Die Hälfte weg. Der hat doch nichts. Der hat doch besser draufgekommen. Dann wäre ich raus. Du warst schon direkt am Anfang. Mega-Mini-Spiel. Man soll sie sammeln und zu ihren Eltern bringen. Ach so. Sammeln und. Warte, was loslassen? Auch, ah. Ja. Alles mir da. Wo bin ich? Ah, da. Ah, ich verstehe es. Ich auch. Alter, was geht denn jetzt ab? Hallo? Die schreien mich an. Ja, ich glaube, die schreien nicht an, wenn du es richtig machst. Ach so. Hä? Ey, lass die Kinder in Ruhe. Du. Na. Ey, warum greift er nicht? Alter. Ja. Einen goldenen. Einen goldenen. Hallo? Alter, zwölf. Ich habe verloren. Doppelt so viel wie geil. Okay. Das darf ich jetzt also auf dich drauf machen. Ja, wenn du willst. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich zählt. Ich denke ja nicht. Naja, steht ja deiner Wahl eigentlich. Hä? Wäre komisch. Oder der, der draufkommt, sucht dich einen aus. Das könnte sein. Oh, vielleicht kommst du zum Pfeil. Äh, schon zum Stern. Ja? Wäre ja schön, ne? Vielleicht. Nein, ich sehe... Ja, nein, was ist... Äh, 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 äh. Alter. Nein, da ist... Was ist das da rechts? Ein Kettenhund? Ja, wenn du nur eins bückelst. Fünf. Schade. Ja. Na komm, ich folge dir einfach. Auch wenn es dumm ist. Nee, nee, mach ruhig. Ist nicht dumm. Du weißt ja am Ende nicht, wo der Stern landet. Der ist gar nicht mal so weit weg. Ja, ich glaube, der kommt aufs Ding. Oh. Ja, doch. Doch, doch. Was? Oh, das ist irgendwas Böses. Der wird gebausert. Ja. Junior. Hä? Oh, er wird entdeckgeschickt. Als ob direkt zum Stern, oder was? Ja, ich denke nicht bei Bowser Junior. Hä? Oh, oh. Was ist das? Ah, beim Start. Ach so. Äh, kämpfe mit Boxen, Treten und Stampfattacken um die Kristalle. Sieger ist, wer am Ende die meisten Kristalle hat. Bei Berührung mit einem Eiszapfen verlierst du alle Kristalle. Pass also auf, wohin du läufst. Alter. Als ob. Äh. Äh. Äh, was? Was ist das? Als ob. Geh hoch rufen. Hä? 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 Was zur Hölle? Was geschieht? Ja, und jetzt? Nein! Ähm, ich... Oh Gott! Bitte! Ich bin so jung! Äh. Ja. Oh, Gönnung. Gönnung! Oh nein! Ja! Nein! Was? Finish! Ihr habt mir nochmal zwei oder drei rausgeprügelt am Ende. Oh, der ist so zu gewalt. Der ist so zu gewalt. Keiner hat welche, außer ich. Hä? Weil alle rausgeflogen sind. Ja. Komm. Ne fünf. Da unten. Ah, da ist er! Da ist er! Da ist er! Ach. Soll ich ihn kaufen, Leute? Soll ich? Oh, ich weiß nicht. Du kannst auch sparen. Ich kann auch... Ja eben, ich kann mein Geld auch sparen. Oh, lol. Ups. Hab mich verdrückt. Wie? Ah, ist das schön. Ich hab mal was erreicht. Gut gemacht. Danke. So, und der nächste Stern ist... Hier. Schon wieder da oben, ja klar. Natürlich. Ah ja, da kann ich auch herankommen. Da kenn ich mir aus. Viel Erfolg. Kann ich bitte wieder runter? Oh Gott. Ey, keine Eins, bitte. Hier. Oh, vier könnte auch schlecht sein. Ah, wer weiß. Ich glaub, hier ist schlecht. Ah. Ah! Du hast es geschafft! Was passiert? Oh, eine Bombe! Ah, kuschel die! Ach, 20. Achso. Ach, die Piranha-Pflanze. Nein! Wo man einmal drauf landet. Oh. Verdammt. Da kriegt man dann die Hälfte abgezogen, natürlich. Jetzt kommst du da nicht mehr hoch, oder? Ja, wie dumm. Ähm... Alter, fast. Aber der hat eh nichts. 74. Oh, bin ich rot markiert worden? Keine Ahnung. Weil dir was Schlimmes passiert ist? Ja, anscheinend. Sammle Bob-Oms und bewirf mit ihnen deine Gegner. Sieger ist, wer als Letzter übrig bleibt. Äh, waaah! Loll! Ah! Was?! Ich dachte, sie explodieren erst, wenn... ... das Timing stimmt. Hallo? Warum greift er keine? Keine Ahnung. Aber was ist das für ein dummes Minispiel? Jetzt hat er sich sogar selber umgebracht. Hallo? Oh. Also, sorry. Das war echt bescheuert. Oh. Letzte fünf Züge. Hä? Kriegen wir gerade... Ich dachte, wir kriegen jetzt einen Bonus. Klicken wir auf Frau Bowser. Wie sieht die Platzierung vor den letzten fünf Züge aus? Nein! Och, da bin ich! Ja, ja, und da bin ich. Und der Letzte bekommt jetzt was, oder was? Oh. Was? Wenn das so weitergeht, dann ist Buhu der klare Sieger. Oh, oh. Ich denke, du kommst jetzt. Nee. Nee, nee. Der Lutscher. Sammle deine Kräfte für das Extra-Lotto. Ja, alle roten Fehler, wenn's so Bowser-Fail dann. Nein! Ja, da, da. Er fällt jetzt auch runter. Ja, geil. Das stimmt. Wie geil. Jeder klatscht da runter. Was ist das denn? Ach so, man könnte auch mit dem Zug hochkommen. Aber warte, wo war denn der Zug? Der war ganz am Anfang. Ne 1. Ne 1. Naja, wer weiß, was passiert. Vielleicht ja was Tolles. Lol. Wo bin ich? Wo bin ich? Der war ich ja so oder so. Mach mal einen Überblick. Drüber einfach... Ah, Y. Alter, du bist komplett ab vom Schuss. Nicht hier unten lang, weil oben ist ein Bowser-Fail. Ja, du triffst es ja nicht. Okay, wenn du das sagst. Ja, wenn er jetzt so eins ist, ich war's nicht, ne? Der wird wirklich ne Kapsel. Ja, ne Bowser-Kapsel. Hoffentlich. Komm schon. Oder ne blaue. Ne blaue. Ach, schade. Da hat die Kapsel. Was bringt die? Keine Ordnung, aber hört sich heute an. Läu, wenn du zu mir kommst, Duell. Wow, Feigling. Hä, warum Duell? Ja, weil das Abi jetzt so ist? Ach so, das hab ich gar nicht mitbekommen. Oh. Der will auch Duell. Hä? Auf sich. Hä? Und er duelliert einfach wahr, Luigi, und er wird verlieren. Neun. Neun Münzen. Dafür gucken wir uns das an, okay? Oh, ich hoffe, er gewinnt. Oh, wie lustig. Warum dürfen wir das nicht spielen? Keine Ahnung. Ich würd's aber gerne spielen. Von, was macht man da? Ach, man muss da, glaube ich, einfach spammen. Einfach spammen. Schade. Oh, zum Glück muss ich sowas nicht gegen Manu machen. Oh, Mann. Das wär schön. Manu hat einfach den Finger. Oh, Gottes. Gott, der kann halt echt in den Stern bekommen. Äh, ne. Er hat kein Geld. Kann er nicht? Naja. Der hat einfach kein Geld dafür. Oh, nein. Er fällt eh runter. Yo. Jeder fällt da runter. Schon das dritte Mal jetzt. Ne, vierte Mal. Ja. Ich hoffe einfach auf den Zug. Oh. Zählt das als Duell? Ne, ne. Oder? Ne. Oh, nein. Ich krieg den schlechten Bot. Ähm. Lösche die Zündschnüre immer wieder mit Stampfattacken. Das Team, dessen Bombe zuerst explodiert. Verliert. Ich wette, der behindert uns jetzt voll. Alter! Ja. Komm. Genau. Nein! Waluigi! Was machst du denn? Du bist der einzige Enttäuschung. Ey. Ja. Bleib einfach links. Bleib einfach links. Team! Er checkt das nicht, ne? Ich bleib hier. Ich bleib hier. Bleib links. Bleib links. Bleib links. Komm. Gott. Du machst es gut. Wario! Was machst du denn? Was? Er lässt es durch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann Spam! Vor allem er war ganze Zeit da an der Stelle! Ach. Ja. Das war schön. Er stand davor. Er hat das ganze Zeit daneben gestampft. Oh. Oh! Bekommt er jetzt das Geld oder muss er Geld abgeben? Ähm. Oh ja. Er bekommt das Geld. Ui. Oh. Ja guck dir doch sein Geld an. Ich hoffe, der läuft in eine Piranha-Pflanze rein. Das gönne ich dem richtig. Mir auch, ne? Du hast mittlerweile echt wieder viel Geld. Ja. Er arbeitet. Lass mich. Ja klar. Jetzt kann ich wieder blechen. Ey. Kannst du mir nicht... Ja danke, dass du da warst. Du holst mich später ab. Ich wünsch dir, es wird einen Stern dafür geben, ne? Die meisten Münzen verloren zu haben. Willst du denn eine Kapsel? Ja klar. Und du bist echt glaube ich gut dabei. Bitte. Ne, ne. Da gab's welche, die haben mehr genutzt. Ich hatte erst zwei. Ja ich auch. Okay. Hallo. Äh. Alle Kapseln werden verbrannt. Ach so. Was? Hä? Jetzt verbrennt er seine eigene Kapseln, die er ja gar nicht hat. Ja. Und tada. Und dann darf ich zehn Felder vor, oder? Ja du brennst, genau und... Ja. Wer bist du? Wie cool. Oh oh. Oh oh. Oh. Was ist das? Oh, zählt gar nicht, weil ich übers Ding hingekommen bin. Pfff. Geil, danke. Der Zug! Ich komm zum Zug! Was? Ich komm zum Zug! Da hab ich nur keine Schlübegasse bekommen. Bauser, 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 Bauser. Da springen und München und München und München. Ja, alles klar. München noch. Einfach random oder wenn was über mir ist. Wenn was über dir ist. Da! München! Alter, der Zug ist das Beste auf der Welt! Also das Glück, was Mor Dady hat, ist echt krank. Ja, mal schauen, ob ich überhaupt... Warten mal, bis ich... Wer gewinnt. Da ist es! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ich komm jederzeit wieder! Alter, wie geil ist das? 18 Münzen, er bekommt sogar noch Plus-Münzen. Also ich rieche schon eine Piranha-Pflanze noch in meinem Gesicht. In dieser Runde. Ich brauch unbedingt einen Waluigi's. Wenn ich mehr Münzen hab als er, dann würde ich da nochmal einen Stern durchbekommen. Oh! 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 Ja, okay, dem gönne ich das. Der hat ja nur 5 Münzen. Steige die Bodenranke hoch, so schnell du kannst. Du gewinnst, wenn du höher steigst als deine Mitspieler. Sprungrichtung. Ah, man muss... Ah! Einfach da hinten! Einfach da hinten auswählen und dann A drücken. Oh! In die falsche Richtung fällst du vom Blatt. Und ich denke, dann war's das, oder? Ja, ich denke, man fällt nur eins weiter runter. Ja, aber dann ist es vorbei. Also eher vorsichtig sein, sagst du? Ja, ich glaube schon. Okay. Achso, gedrückt halten. Ah. Okay, ja. Nein! Da war angetäuscht! Da ist so ein Fake-Blatt gekommen. So eine Fake-Bohne. Was? Hä? Wer bist du denn? Warum ist da ein Mensch? Ein Koopa! Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Okay, das hab ich glaube ich. Außer, da ist immer noch... Nee, nee, ich seh... Ich bin schon im Himmel. Ich bin bei Elon Musk. Oh, Elon Musk? Ja, das ist doch... Das ist deine Rakete! Wo bin ich? Im Weltall. Ja. Ah, jetzt gehen wir leichter rum. Okay. Mal gucken. Wer hat gewonnen? Das will ich nicht. Da ist er. Oh, und da bist du. Alter, Malu. 120 Meter. Einfach fast doppelt hoch. Welche Kapsel wird es sein? Eine blaue. Die Miracle-Kapsel. Krieg mal bestimmt irgendwie... Achso, du kannst dich mehr ertragen. Äh... Zufällig ein Stern? Oh, hallo. Ja, vielleicht sponnt er ja vor dir, wenn ich Glück. Ne. Ich habe die Hoffnung, dass das, was der in den Chat geschrieben hat, stimmt. Es stimmt einfach. Guck mal, was da steht. Du bist gerade zwei Felder vor dem Stern. Nein. Alter. Das... Dafür gebe ich gerne mein Geld aus. Und der Stern wird weggemoved. Wenn das jetzt irgendwie vor dich kommt, ne? Du hast sowas für keine Ehre. Oh, ein Tonner Dino ist auf dem Sternfeld ausgebrochen. Oh, das ist aber schade. Ero minus 100. Zwei Felder! Ja. Was? Der Stern in der Diotrien steht zu einem anderen Feld. Das kann doch gut sein. Ja. Ja, okay. Ah, okay. Oder? Nein! Du kommst da nicht hin! Guck! Ach, weil wir davor abbiegen. Ja. Dumm. Das ist die Rache für deinen ersten Zug oder deinen zweiten. Was? Welcher Zug? Ja, wo du mir Münster abgezogen hast. Hey, ich habe dieses Minispiel gewonnen. Nee. Miracle, ui. Miracle-Wip, kenn da? So verdient. Ist das eigentlich dein Ernst? Ist das eigentlich dein Ernst-Spiel? So verdient. Ich sage ja, ich rieche es, ne? Ich habe es gerochen. Das war einfach... Weißt du, hättest du das nicht gemacht, dann wärst du da auch nicht drauf gekommen. Wie kann man so ein Pech haben? Dieser Junge... Was? Dieser Junge? Was, Bruder? Oh, du kannst zu wem anders fliegen. Lohnt sich das? Nee, es lohnt sich nicht. Sag das mal. Ich guck jetzt erstmal. Ne, lohnt sich nicht. Ich schwier das jetzt erstmal. Lohnt sich nicht. Guck mal, ob links einer ist. Da muss ich abbiegen. Ja. Du bist am nächsten dran, oder? Ich geh einfach zu dir. Glauben schon. Ja, na, kann man das nicht nennen, aber ja. Komm her. Komm her. Komm aufs Schoß. Ja, wo willst du hinfliegen? Ja, bestimme. Achso, achso, wo stimmt man das? Ja, kommst du eh nicht zu mir. Komm, drück. Drück. Alter, was? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Die sind noch komplett durch. Ja, aber es ist besser als da, wo du vorher warst. Mein Gott, ey. Ist das dumm formuliert. Was? Schon wieder der Zug? Ja, nimm. Komm. Ich konnte echt den Stern wegnehmen, ne. Das ist einfach schön. Ich würde es nicht schön nennen. Ja, ich schenke dir gleich noch einen, ja? Sammle die Blumen, die vom Himmel fallen. Was? Kannst du sie denn bewegen? Sammle... Wie sammle ich denn? Mordado? Ja. Willst du jetzt unfair spielen? Ja. Hast du doch schon. Nee. Du spielst unfair. Ich spiel gar nicht unfair. Ich bin ein Geist. Geister können gar nicht spielen. Hä? 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 Ah. Einfach... Ach, das ist ja auch, man. Das ist ein schönes Spiel. Ja, mit Blümchen. Ja, das war ich. Alter, was ist mit dem Vario los? Der Typ ist einfach komplett AFK. Lass ihn doch. Oh, guck mal, ne goldene. Als ob. Ey, ist das ehrenlos. Ich war auch ne goldene. Ich hab schon zwei goldene. Guck, da ist eine. Ja, ich seh sie. Cool. Patze. Kein Problem, ja. Ey, du bist so ein... Als ob. Die zwei goldenen. Du hast ein Minispiel gewonnen. Wollt mir nicht gesagt, dass wie es geht. Unfair. Na ja, man könnte ja nur springen. Ne, ne. Das hat mich erst anfänglich irritiert. Das wusste nicht. Echt, dass man springen konnte? Ey, man vermust natürlich erst mal gucken, was abgeht. Aber ja, hat vielleicht ne Sekunde gedauert. Ich hab gedacht, mit A sammelt man das auf. Ich hab's auch nicht richtig gelesen. Ich hab A gespampt die ganze Zeit einfach nur. Zwei Züge noch. Ja, Manu kann's echt noch zum Stern schaffen. Alter, was ist das? Keine Ahnung. Was stand da, Mirakel? Was passiert? Er hat sie weggeworfen. Hä? Er hat sie weggeworfen. Er hat sie weggeworfen, um noch ne neue zu nehmen. Was? Hä? Ey, der Junge hat so eine Bowser-Kapsel verdient, ne? Kugel Willi. Oh nein. Nein, der nutzt die eh nicht. Da bist du ja. Ach so. Hä? Hä? Was ging der grad ab mit dem? Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Kann man nicht benutzen oder werfen? Wenn man drei davon hat, dann... Ach so. Ach so. Ach so. Ja, ich bekomm bestimmt noch drei. Okay, das war echt... Ach so, ja klar, drei. Schade. Fünf, verdammt. Oh ja, jetzt sind wir zusammen, oder? Ja, geil, Duell. Cool. Danke, Modalo. So, jetzt bitte kein... Glücksspiel. Irgendwas mit... Stern, komm, komm. Mach's spannend. Okay, wenn du mir den wegnimmst, dann freundlich dich. Wo? Als ob! Du, du kleine, dreckiger... Du kannst mir... Ich kann... Ja, klar. Ich kann jetzt auch Münzen spielen und du bekommst meinen Stern, wenn du gewinnst. Natürlich. Natürlich. Wenn du mir den Stern wegnimmst, ne? Ey, bitte kein Glücksspiel. Bitte nicht. Irgendwas mit Skill. Bitte. Dann ist es wenigstens verdient. Okay. Sammle auf dem Sprung bald Kraft und springe höher als dein Rivale. Ja! Schnell drücken! Oh mein Gott! Ich... Wenn du das jetzt gewinnst, ne? Das wäre krass. Oh nein, du bist Romeo! Bin ich? Ah, hat das wehgetan! Und? Oder? Ich weiß es nicht. Absolut keine Ahnung. Ja, du warst glaube ich vor mir. Dein Dings war tiefer. Ja! Verdammt! Mein Stern gehört mir! Oh! Ey, was für ein... Also das war echt lucky, dass das Ding kommt. Aber das ist auch wieder das Spam-Ding kam. Ja. Und nichts anderes. Oh, schade. Aber jetzt hast du, glaube ich... Ey, du kannst so froh sein, ne? Ne, ne. Erst entehrt er mich. Wie entehrt er mich? Ja, also, dass du den Stern umplatziert hast. Ja, also, dass du den Stern umplatziert hast. Das verzeihe ich dir nie. Ja, klar. Wenn ich mich wehre gegen deinen Angriff. Ne, ich meine das mit dem Stern, dass du ihn umplatziert hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, daran erinnere ich mich. Ich nicht, ich nicht. Ich hab das grad vor meinem... Was für ein Tornado? Vor meinem Auge. Der sah richtig merkwürdig aus, fand ich. Der Tornado. Ja, klar. Jetzt mach noch deinen komischen Tornado fertig. Ja. Der kann nix dafür. Du hast ihn nur benutzt. Ja. Jetzt ist er weg. Cheap angeln. Nein, nichts mit Vibration, bitte! Wenn es jetzt mit Vibration geht... Ist doch egal. Warum drückst du denn? Oh, ich hab wieder Üben gedrückt. Ich wollte umblättern. Ach. Ach so. Ach so. Jetzt versteh ich's. Ja, ja. Man kann einfach überall angeln. Warte, muss man dahin gehen, wo grad Fische drunter sind? Nee, nee. Du kannst selber die Angel reinböllern. Und auch jederzeit rausholen. Und dann wackelt die Angel. Hä? Gedrückt halten, oder wie? Nein, nein. Einmal A drücken, dann bleibt ihr drin. Das ist so ne automatisierte Angel. Ist der dumm? Ja, danke. Hä? Also der Bot ist aber auch echt nicht klug. Hä? Da. Okay. Dann hier noch. Danke. Oh, ein Goldener. Ui. Ich glaub, das hab ich gewonnen. Kann dir mal was passieren? Ja. Versteh's nicht. Ja, da wo's wackelt, einfach nur hingehen und ziehen. Ach, einfach nur ziehen? Ja. Mach's doch. Sag das doch. Du hast nur gesagt, dass hier auch automatisiert sind. Unser letzter Zug. Kugel will ihn. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Das wird wehtun. Ich krieg wieder Münzen abgezockt. Ja, aber der hat eh mehr. Und? Ne neun, auch klar. Na klar. Drei... Wie viel? Hä? 30. Alter, ich hab 27 Münzen. Ich hab 27 Münzen. 30 hat er uns abgezockt. Ja, ja. Aber er hat eh die meisten. Also wie gesagt, Münzen-Dings bekommst du eh nicht. Ne, das Münzen-Ding basiert doch glaube ich darauf, wie viel man... Ne. Ja, aber es ist ja ein anderes Mario Party oder Mario was selber. Ja, ich weiß es nicht. Ach komm. Nummer eins bitte. Oh. Okay, ich guck nach. Ja, genau. Dein bitte. Und? Wird auch nie im Leben was Gutes sein. Ne, glaub ich auch nicht. Oh, Kamek. Oh, ne Kamek-Kapsel? Ach so, die K... Ach. Die Kapsel werden neu verteilt. Wow. Oh ja. Dann kannst du vielleicht noch mal was nutzen. Danke. Ja, kein Problem. Help. Ich hab ne Kapsel. Cool. Und plus drei. Kann ich die jetzt auf mich selbst machen oder wie? Ne, ne. Du musst das auf mich oder auf irgendeinen anderen machen. Warum machst du das auf mich? Du bist in Reichweite. Hä? Ja, aber war Luigi nicht oder was? Ne, war nicht. Hä? Es hat gar nichts gebracht. Ne, ne. Ich hätt's auch mich selbst machen müssen oder dann hätt ich glaube ich jemanden aussuchen müssen. So. Oh. Stimmt, hab ich dieselbe Kapsel nochmal bekommen? Ich weiß es nicht. Warte, das war doch... Ja, ist gut. Gehen. Okay. Ist nicht gut. Ich glaub das war deine. Das war deine Kanne-Kapsel. Stimmt. Oh nein. Ja. Aber das ist ja gut für mich. Ich hab ja keine mehr. Ja. Ja. Einfach nur irgendein Ereignis. Bekomme ich wieder die blaue? Oder gar nix? Ja. Gar nix. Kapseln verteilt. Macht's dir Spaß? Ja, find ich auch. Ach komm, Wario. Du schaffst es. Der hat schon 24 Münzen und gar keinen Stern. Weiche den Pinguin aus und stoßen. Einfach durchlaufen oder was? Oh ne. Kannst du einfach nicht berühren. Ja, berühren geht. Doch. Berühren geht. Aber du musst halt dran vorbei. Oh. Oh. Nut, Nut. Nein, spring nicht. Oh. Trip. Ab nach rechts. Der eine bleibt einfach eine Stunde stehen. So, immer schön mittig. Die beiden sind schon tot, weil die keinen Bock hatten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hä? Ey, bitte! Nein, nein, was ist denn das? Ich bin so jung. Was ist denn das? Hallo? Lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Lass mich doch. Ja, ich bin ganz rechts. Mir geht's richtig gut. Nein, mir geht's richtig schlecht. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Mir geht's richtig schlecht. Hilfe! So richtig schlecht. Lass mich doch durch! Lass mich doch durch! Oh Gott! Hä? Die bangen auch so alle ineinander. Das ist einfach meine Runde. Das ist meine Runde. Oh. Deine Runde. Ähm, gut gemacht. Und jetzt kommt die Verkündung der Spielergebnisse. Nächst einmal sehen wir uns an. Die Zahl der Sterne. Das ist die Anzahl der Sterne. Eins. Eure Sterne. Hm, und jetzt zählen wir die Münzen. Die Worte der Münzen lauten wie folgt. Und jetzt kommen wir zu dem Bonus-Stern. Jeder Bonus-Stern ist so viel wert wie ein Stern. Ui. Mini-Spiel-Stern. Ja, den kriegt man auch nur. Meist Münzen in den Mini-Spielen. Ja, okay, das bin ich dann. Das wäre ja mega merkwürdig, wenn nicht. Ja, Yoshi. Yoshi. Ah. Der Münstern. Ja, Ding. Ne, die meisten Münzen. Das könnte ich auch sein. Ich habe ja nur alle verloren. Ah, okay. Ich bin gespannt auf die Stats. Waluigi. Zum Schluss der Ereignis. Fragezeichen Felder. Oh. Ich habe keine Ahnung. Wario. Einer von euch. Vielleicht ihr beide. Waluigi. Was? Der hat gewonnen. Ja, der hätte auch so gewonnen. Der hatte ja dann zwei, oder? Nein. Der gewinnt jetzt wegen dem Geld. Ja. Hat er verdient. Das ist echt ein Witz. Wie viel hat Waluigi gewonnen am Mini-Spielen? Gar keins? Ich glaube echt gar keins, oder? Traumstar. Ja. Als ob. Der hat das mehr verdient als du. Ne. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.